herzlich willkommen liebe freunde zu einem kleinen spiel wenn wir über den preis sprechen stack lands kostet gerade mal 399 wenn es nicht im sale ist das heißt manchmal ist es natürlich im sale und damit noch günstiger also eigentlich geschenkt wir spielen auf dem steam deck das spiel hat das team deck verifizierung und ganz wichtig der zeigt mir seit kurzem wenn ich das spiel starte an dass der eine controller unterstützung hätte die bei mir nicht funktioniert und von daher habe ich umgestellt auf maus und keyboard habe mir ein paar hotkeys gelegt ihr seht mondlänge das ist so die länge wie lang eine runde ist ein friedlicher modus an aus ihr seht es gibt ein paar quests wovon ich schon einige abgeschlossen habe wir schließen das einfach mal also was haben wir das ist unser spiel wir haben einmal ein booster pack wenn wir draufklicken öffnet sich das und wir haben da insgesamt fünf karten drin und zwar wir haben bärenstrauch und dorfbewohner eine münze holz und fels was machen wir da oben hier oben können wir uns neue sachen kaufen ja das heißt drei gold kostet es für bescheidene anfänge okay vier gold suche nach wahrheit und es gibt noch ganz viele weitere das ist die mondlänge die hier oben läuft wir pausieren jetzt einmal ganz kurz damit mein bewohner gleich nicht verhungert denn wir müssen unsere bewohner der übrigens 15 leben hat versorgen mit essen versorgen und zwar ich kann den bewohner auf dem bärenstrauch ziehen was macht ein bewohner auf dem bärenstrauch na klar er pflückt die bären ab mit a mache ich übrigens weiter so das heißt ich weiß gar nicht ich glaube fels und holz können wir gar nicht aufeinander machen nö da passiert nichts andersrum wird auch nichts passieren genau so wir haben die erste beere was sehr wichtig ist was ist das hier eigentlich für ein zeichen weiß ich nicht ach doch hier guck mal ich brauche jeden mond zwei essen um meine dorfbewohner zu ernähren jetzt habe ich zwei das ist gut meinen den dorfbewohner lassen wir noch mal ein bisschen weiter arbeiten denn am bärenstrauch ist noch ein bisschen was dran jetzt haben wir drei beeren wir wissen eine beere brauchen wir beziehungsweise zwei bären eines übrigens daher schon mal über was ganz gut ist so jetzt geht der dorfbewohner mal auf den fels und bearbeitet den felsen wir haben übrigens auch ein kartenlimit das seht ihr hier wir haben aktuell ein kartenlimit dass wir sechs karten von 20 haben wird später auch erhöht genau fels ihr seht fels schlagen unten links der timer wie lange er noch braucht dafür jetzt haben wir zwei steine so was machen wir den dorfbewohner schicken wir jetzt nochmal aufs holz die beiden steine verkaufen wir dadurch haben wir insgesamt drei geld und dafür holen wir uns jetzt einfach mal neues booster pack so bescheidene anfänge wie gesagt was kann das enthalten drei nicht entdeckte karten baum fels bärenstrauch erdboden holz stein und da war noch was wenn wir übrigens hier oben gucken die quests die wir noch machen müssen dann kriegen wir ein neues paket erhalte einen zweiten dorfbewohner okay und es gibt auch verschiedene ideen das heißt das kann man alles schon bauen beispielsweise im garten durch den erdboden zwei steine noch zwei holz und einen dorfbewohner und so weiter und so fort man kann ganz ganz viele sachen bauen kleinen augenblick so und zwar machen wir das immer wieder weg der dorfbewohner arbeitet noch das holz und wir gucken mal was wir drin haben holz baum und bärenstrauch ich weiß gar nicht können wir den bärenstrauch mit dem baum zusammen packen nein den bärenstrauch mit dem holz bringt ja nichts ich habe das schon länger nicht mehr gespielt das spiel ist ungefähr ein jahr alt würde ich sagen na komm wir packen den mal zum baum genau und von daher sind mir manche sachen gar nicht mehr so präsent was gut ist weil sich das spiel gerade einfach wie ein neues spiel für mich anfühlt so wir haben neuen stock wir gucken mal ob wir mit dem stock was machen können stock so wofür brauchen wir einen stock 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 bisher noch nirgendswofür doch für eine hütte holz stein stock erhöht dein kartenlimit alles klar holz stein stock dann wissen wir zumindest schon mal worauf wir in arbeiten können so mond dorfbewohner ernähren das heißt der ist jetzt mal ebenso zwei bären und weiter geht's mit dem nächsten und mond zwei also sozusagen einfach ja die zweite der zweite turn so den stock verkaufen wir da kriegen wir zwei geld für das heißt hier unten seht ihr immer wie viel geld ist das ganze jeweils wert das heißt wir verkaufen auch den stock um uns einfach mal suche nach wahrheit zu kaufen wir haben eine neue idee ziegel dafür brauchen wir drei stein und ein dorfbewohner okay sehr gut bärenstrauch und stock und was haben wir noch drin in dem booster pack ein fels so was hatten wir gerade mit dem fels lasst mich mal schauen die hütte da brauchen wir stein das heißt der dorfbewohner geht auf den stein dann haben wir holz stein stock das heißt holz stock und dann kriegen wir noch ein stein und den dorfbewohner und dann bauen wir uns eine hütte was ein bisschen länger dauert das heißt wir können hier oben auch schneller laufen lassen wir jetzt gerade noch genug essen um essen müssen wir uns jetzt gerade noch keine sorgen machen so damit haben wir die hütte und wir haben ernten und sehen plötzlich ein neues booster pack zur verfügung kostet aber zehn geld was natürlich nicht wenig ist genau die hütte erhöht ich bin mir jetzt gar nicht sicher wenn ich die hütte verkaufe ob wir dann immer noch das kartenlimit haben das probieren wir einfach mal aus bestimmt ist es dann okay es ist dann weg ist egal wir brauchen ein bisschen geld hierfür von daher passt das heißt wir werden jetzt noch ein paar bären pflücken da unten seht ihr übrigens ich mache mich mal ein bisschen hoch da steht einfach nur quest abgeschlossen baue eine hütte wir essen wie gesagt wir kriegen später mehr dorfbewohner dazu was dann natürlich bedeutet dass wir mehr essen brauchen und vor allen dingen wenn wir mehr essen oder mehr dorfbewohner haben und die nicht ernähren können bedeutet das wiederum dass uns die leute sterben ich würde gerne ich schaue einmal ich glaube durch das holz bekommen wir einen stocken stock ist zwei geld wert ich bin mir nämlich gerade noch nicht so ganz sicher ob wir uns jetzt schon ernten und sehen leisten können oder vielleicht nicht so den zweiten dorfbewohner hätte ich gerne mal wo wie bekomme ich den steinbruch oder so interessant unbegrenztes stein vorkommen dafür bräuchten wir drei stein okay wir holen uns das hier noch mal ein lagerfeuer praktisch zum kochen von nahrung sieht warm und gemütlich aus sehr gut ein feuerstein haben wir zum anzünden eines feuers okay so wir brauchen für den steinbruch drei stein und ein holz holz haben wir noch nicht bekommen wer bekommen wir durch den baum holz oder bekommen wir durch den baum stöcke wir probieren es aus also super entspannt zu spielen wie gesagt ich würde wirklich also wir spielen auch auf full hd nativ ihr seht trotzdem 60 frames das ist auch nicht warm das also ein bisschen warm aber lüfter sind aus bei dem steam deck also hier könnt ihr wirklich gas geben und im wenn ihr das mit 800p spielt im handheld mode müsst ihr da keinerlei sorgen haben dass der akku irgendwie nach kurzer zeit leer geht also ich glaube der hält hier fünfeinhalb stunden meine ich oder so das ist gar kein problem völlig entspanntes spiel schriftgröße reicht mir aus dann wie gesagt ihr könnt mit den l1 und r1 oder linker button rechter button auch ranzoomen genau so wir haben eigentlich wird einmal gerne in ernten und sehen rein schauen da ist der steinbruch genau und hier können wir uns jetzt einfach stein holen holzfäller lager wäre natürlich auch was richtig feines und dafür werde ich das so machen so machen das holz bearbeiten wir jetzt noch mal um wir müssen auch gucken dass wir nicht oder dass wir gleich noch essen haben weil sonst also ein mond schaffen war problemlos aber sonst kann es gleich wirklich ein bisschen schwierig werden wir können jetzt ein steinbruch theoretisch verkaufen um ernten und sehen zu bekommen aber das möchte ich noch nicht ich hole mir noch mal bescheidene anfänge das ist gut da ist der bärenstrauch was natürlich auch bedeutet wenn wir mehr bewohner haben können wir auch mehr dinge gleichzeitig tun das dürfen wir ja auch nicht vergessen wie gesagt die leute müssen natürlich auch ernährt werden ähm das ist aber in der regel kein problem später wird es zum problem so ein holzlager wäre auch was schönes was brauchen wir für ein holzfäller lager drei holz und ein stein okay den stein haben wir das heißt wir kümmern uns jetzt um drei holz drei holz so ein holz zwei holz brauchen aber drei holz das heißt das wird verkauft drei stück geben wir aus holen uns noch mal die bescheidenen anfänge da ist das holz und holen uns gleich unser holzlager ja was jetzt natürlich ein bisschen dauert aber damit haben wir definitiv stein und holz genug und können dann jetzt schauen dass wir gleich mal Richtung ernten und säen gehen so guck mal eine Münztruhe okay da können wir Münzen aufbewahren okay anbauen Beere und Erdboden ich habe noch keinen Erdboden bekommen ein Haus zwei holz ein stein zwei holz ein stein das heißt du gehst hier drauf wir machen gleich zwei holz ein stein und gucken mal was uns das haus bringt ein holz zwei holz so und wir bauen ein haus das und haben glücklicherweise noch den Beerenstrauch sodass alles gut ist alle wurden satt neuen Mond starten so unser haus ein schöner Ort zum leben ich weiß gar nicht was bringt uns ein Haus drei Geld aber das Geld brauche ich ja nicht bringt das was wenn wir den Dorfbewohner reinpacken nein dann lassen wir das Haus einfach mal da stehen ach nachkomme ja ein Haus zwei Dorfbewohner dafür brauche ich erstmal einen weiteren Dorfbewohner dann können wir in einem Haus einen neuen ja Dorfbewohner herstellen zeugen was auch immer ok so wir holen uns kurz ein paar Beeren und dann gehen wir jetzt als nächstes Richtung ernten und säen ok so ich könnte jetzt natürlich meine beiden Lager hier verkaufen wodurch ich direkt ernten und säen könnte aber weiß ich nicht ob ich das machen möchte wenn ich ehrlich bin da ist wieder der Feuerstein das heißt wir verkaufen holen das holen uns das gucken was drin ist so können den Baum abfällen da kriegen wir Holz durchs Holz holen wir uns Stöcke Stöcker die auf jeden Fall mehr wert sind als Holz genau jetzt wäre es natürlich cool einen zweiten Dorfbewohner zu haben und dann könnten wir da direkt drauf gehen na Moment genau wir haben bereits einen Beerenstrauch hier den nächsten Mond können wir noch problemlos essen das heißt wir werden jetzt im Mond 7 keinen Beerenstrauch bearbeiten das muss nicht sein so der Stock wird verkauft der Stock wird verkauft Stein können wir nicht bearbeiten nein aber den Fels können wir bearbeiten wir verkaufen den Stein ach und was wir machen wir holen uns einfach hier Holz um daraus noch ein paar Stöcke zu bauen und dann haben wir es auch gleich mit ernten und säen also ihr seht hier gibt es noch super viel zu erreichen ne wie gesagt es gibt friedlichen Modus das ist nicht der friedliche Modus das heißt wir werden auch irgendwann angegriffen super viel zu entdecken wie gesagt für 3,99 wenn es nicht im Sale ist ist das ja einfach absolut geschenkt dieses Spiel also wirklich wirklich geschenkt meiner Meinung nach so und davon nehmen wir jetzt 10 Münzen und kaufen uns ernten und sehen und gucken mal was drin ist im Booster Pack der Dorfbewohner perfekt jetzt müssen wir natürlich aufpassen klar wir können ins Haus gehen direkt einen neuen Dorfbewohner zeugen Problem ist dann nur dass wir dann 6 Essen brauchen und das ist wirklich sehr 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 viel das heißt wir beholen uns jetzt erstmal generell beide gehen auf Nahrungssuche so damit haben wir schon mal 6 Beeren wir müssen noch immer ein bisschen das Kartenlimit im Auge behalten also ich glaube ich kaufe mir gleich auf jeden Fall nochmal eine eine neue Hütte oder das war keine Hütte sondern doch das war eine Hütte ein Haus haben wir und eine Hütte ist das dann so können wir die Kuh Wollen wir die jetzt angreifen Wollen wir die jetzt angreifen wir kämpfen also mit der Kuh ist das richtig? das habe ich noch nicht gemacht ok wow miss stopp wir haben jetzt einen Köttel daraus bekommen kein Fleisch oder so wirklich? ok 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 interessant dann hätte ich vielleicht meine Kuh doch nicht töten sollen dann hätte ich die Kuh nicht töten sollen so den Stein verkaufen wir auch ich möchte mir nämlich nochmal ernten und Seen holen so und das machen wir wieder über unsere Stock Geschichte du gehst hier drauf immer das Kartenlimit im Auge behalten zack zack so vier Essen gehen weg es ist übrigens ein ganz gefährliches Spiel denn die Zeit vergeht hier wirklich wie im Flug das ist wirklich so das ist der Wahnsinn wenn ich jetzt schon sehe dass wir bei 18 Minuten sind das ist unglaublich also dieses Spiel macht wirklich unfassbar viel Spaß aber wie gesagt ist auch wirklich ein Zeitfresser aber für 3,99 macht ihr nichts falsch unbedingt kaufen so 2,4,6,8 das sind sogar 11 Münzen so was haben wir denn hier ein Apfel ein Kaninchen ich will das nicht wieder bekämpfen nein 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 wir kämpfen nicht gegen das Kaninchen ähm interessant ich muss gucken was ich mit den mit den Tieren mache ähm wir werden jetzt erstmal ein Baby uns um Nachwuchs kümmern zack seltsame Küche okay da schauen wir noch einmal rein und den Rest könnt ihr euch dann selber anschauen so das Kaninchen hüpft in einer Tour rum ich weiß nicht ob das für irgendwas gut ist das können wir doch bestimmt irgendwie können wir das vielleicht wie kriegen wir das Baby braucht ein ach so doch okay ähm vielleicht können wir das irgendwie über ein Lagerfeuer packen oder so ein Lagerfeuer da brauchen wir einen Stock und einen Feuerstein den Feuerstein hatten wir ja eigentlich schon aber okay so der Apfel gibt zwei essen das ist natürlich gut so genau es gibt noch einige nicht entdeckte Karten das seht ihr das heißt selbst bei den bescheidenen Anfängen sind noch Karten drin die wir einfach noch nicht entdeckt haben was wir auf jeden Fall noch machen müssen so ich würde mal schauen gleich ob das Baby auch schon sechs Essen braucht ein Essen okay ein Baby braucht ein Essen das ist fair so das können wir schließen ja aber jetzt kennt ihr eigentlich schon ich glaube die seltsame Küche das wird noch ein bisschen dauern bis wir das haben klar ich könnte jetzt hier einmal alles verkaufen mich letztendlich schlechter stellen einfach ja ach guck mal Köttel auch wenn ich das okay genau einfach schlechter stellen letztendlich um einmal reinzuschauen aber ich würde sagen das überlasse ich euch dann doch lieber selber dass ihr da selber mal reinschaut wie ihr denn die oder was ihr hier letztendlich bekommt ähm das ist Stacklands wie gesagt ein kleines Spiel 3,99 kostet das wenn es nicht im Sale ist Steam Deck verifiziert macht unfassbar viel Spaß ähm lädt absolut zum Ausprobieren ein dass man einfach schaut ja was gibt es für Kombinationen was bringen die einzelnen Sachen vielleicht kennt ihr das Spiel auch bereits dann lasst mich gerne wissen was ihr davon haltet und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal ciao ciao